Psst! Werbung in eigener Sache. Ab November öffnen wir wieder die Türen für unser Kompetenzprogramm Führung. Wenn du Inhaber, Geschäftsführerin oder Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen bist und dich das Thema Führung fit für morgen interessiert, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Der sechste Lehrgang startet im Februar 25 mit maximal sechs bis acht Teilnehmenden. Unter www.führungszirkel-bayern.de erfährst du mehr dazu. Oder lass uns einfach reden. Ein herzliches Hallo zu Bau dir deine Zukunft. Dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und verändern wollen. Ich bin Silvia Zulkowski und als leidenschaftliche Zukunftsentwicklerin verrate ich dir, wie du fit für morgen bleibst. Jede Folge liefert dir praktische Tipps und wertvolle Impulse, damit du Schritt für Schritt deiner Vision näher kommst. Denn die Zukunft gehört dir, wenn du sie gestaltest. Servus liebe Zukunftsbauer, weiter geht's mit unserer kleinen Spezialserie zum Thema Führung und Fit für morgen in der Unternehmenszukunft. Gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten Bollmann machen wir eine Miniserie zu diesem Thema. Es gibt aber auch einen echten Grund dafür. Im Februar startet wieder unser Kompetenzprogramm Führung, diesmal zum sechsten Mal. Und wir wollen euch gerne Lust auf dieses Kompetenzprogramm machen, aber so viel Lust geht eh nicht, weil wir haben ja nur maximal sechs bis acht Plätze. Also von daher ist diese Serie vor allen Dingen auch dazu da, ein bisschen Einblick in unsere Arbeit zu geben und den ein oder anderen Tipp und Trick hier in dieser Serie gleich mitzugeben, sodass der Führungsalltag sich dann hoffentlich leichter anfühlt. Carsten, Servus, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, hallo Silvia, herzliche Grüße nach Erding. Ja, herzlichen Dank. Wir hatten uns heute das Thema Vision vorgenommen und nachdem ich natürlich die bin, die in der Hauptsache Zukunftsbilder baut, Zukunftshäuser baut und Visionsarbeit macht, haben wir überlegt, wir drehen es jetzt einfach mal um und der Carsten fragt mich. Ja, das will ich gerne tun. Wenn ich an Vision denke, dann kommt als erstes natürlich unser verstorbener Altkanzler Helmut Schmidt bei mir ins Gedächtnis, der gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Also ich glaube, er hat vieles Gutes gesagt, aber ich glaube, mit diesem Ausspruch hat er gänzlich daneben gelegen. Silvia, warum muss jemand, der Visionen hat, nicht zum Arzt gehen, sondern warum sollte er sich darüber freuen, gerade als Unternehmer? Ja, also dieser arme Helmut Schmidt hat das übrigens nur in einem Nebensatz gesagt, gell, aber er hat sich sein Leben lang darüber geärgert, dass ihm dieses Zitat so nachläuft. Gemeint hat er nämlich ganz was anderes und für ihn war Vision auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube ganz persönlich, ein Unternehmen, das keine Vision hat, also kein Bild von der Zukunft, kein Zukunftsbild hat, wird sich zunehmend schwer tun, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Und außerdem glaube ich persönlich, du kannst kein Unternehmen ohne Vision starten. Am Anfang war die Idee und die Idee ist meistens sehr groß. Sie darf auch klein beginnen, das ist oftmals gar nicht das Problem. Aber je größer so eine Idee ist, umso mehr Strahlkraft hat sie auch. Ja, nun wenden wir uns ja vor allen Dingen an den kleinen und mittleren Mittelstand und da ist das Wort Vision vielleicht nach wie vor etwas negativ behaftet. Welche Surrogate benutzt du? Welche adäquaten Begriffe, die im Prinzip das Gleiche ausdrücken, aber die im Prinzip vielleicht mehr noch vermitteln, um den Unternehmer, um die Führungskraft nach vorne zu bringen? Also am liebsten verwende ich wirklich das Wort Zukunftsbild, weil das sehr viel Lust auf Zukunft macht. Und ich selber habe eine Methodik entwickelt, die nennt sich Zukunftshaus. Das heißt, in welchem Haus meiner Zukunft, Unternehmenszukunft, will ich denn leben? Es geht ja immer darum, auch eine unbändige Lust auf Zukunft zu machen, weil Zukunft zieht uns. Sie zieht uns förmlich dahin, wo wir sein wollen. Und ich glaube ganz fest, dass wir viel gelernt haben, war Zukunft, komm, hör auf und das wird schlecht und da brauchst du gar nicht hindenken. Und das war schon immer so. Ich glaube, ich bin jetzt sicher, ob es Sokrates war oder Aristoteles, der über die Jugend gesagt hat, die Jugend von heute ist, mit der kannst du nichts mehr anfangen. Und so reden wir ja heute noch. Und das ist aber nicht Zukunftslust machen, also Zukunftsfreude empfinden. Das geht anders. Da brauche ich andere Bilder im Kopf, dass ich wirklich meine Mitarbeiter auch mitnehmen kann. Und jede Organisation sollte sich einfach mal die Frage stellen, wie schaut denn eigentlich meine Vorstellung von meiner Unternehmenszukunft aus? Wie schaut diese Vorstellung aus, die ich im Kopf habe? Womit wir wieder bei deinem Zukunftshaus sind. So ein Haus hat ja ein Fundament, das hat mehrere Etagen, das hat viele Räume und ein Dach obendrauf. Was erarbeitest du mit Führungskräften und Unternehmern, um zu einem stabilen Zukunftshaus zu kommen? Ja, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer kommen zu mir, weil sie sagen, unsere Mannschaft, da ist kein rechter Zusammenhalt, das ist schwierig, wir haben den Blick für die Zukunft ein Stück verloren, die Lust ist uns abhandengekommen, es ist zäh, wir haben Fluktuation. All solche Themen sind so Indikatoren, dass möglicherweise im Bereich Lust auf Zukunft was fehlt. Und wir arbeiten im Zukunftshaus ganz entscheidende Bausteine, nämlich die fünf Bausteine, die jedes Unternehmen parat haben sollte, um zukunftsfit zu sein. Und du hast es schon angesprochen, dazu gehört ein starkes Fundament. Das heißt eigentlich, mit welcher Haltung und Überzeugung bin ich als Unternehmerin, Unternehmer eigentlich unterwegs oder als Unternehmen? Weil das ist ja kulturprägend. Und das heißt, denke ich, muss ich da schon wieder rein oder es ist eh alles schwierig, der Wettbewerb ist so schwer und ich finde sowieso keine Mitarbeiter und 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 und. Und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht dienlich. Wir brauchen da ganz andere Glaubenssätze, ganz andere Inspirationssätze, die uns da tragen. Ich kann mich an eine Kundin erinnern, die gesagt hat, ach, kommen Sie, Frau Zulkowski, bei uns bleibt doch keiner hängen, wer will denn hier schon hin? Wenn ich mit so einer Überzeugung unterwegs bin, dann befürchte ich, da will da auch keiner hin, weil das strahle ich halt auch aus. Wenn ich mir vorstelle, wir haben hier eine Umgebung, wo Kinder gut groß werden können, wo ein Umfeld ist, das gesund ist, dann kriege ich die richtigen Leute, die da hinpassen. Die anderen will ich eh nicht. Also mehr in diesen Möglichkeiten zu denken, hilft das Zukunftshaus auch. Und dann gibt es drei Säulen, die ich für essentiell halte, weil sie viel Beschreibendes haben, aber viel Orientierung geben. Das eine ist halt schon auch, welche Talente brauche ich eigentlich in meinem Haus? Welche Talente haben wir eigentlich schon im Haus? Das sich mal anzuschauen, ist wirklich spannend, um zu erkennen, oh, unser Unternehmen hat sich weiterentwickelt, aber irgendwie fehlen uns noch ein paar Talente, die wir für die Zukunftsfähigkeit unseres Hauses brauchen. Und eine der wichtigsten Säulen, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal separat, sprechen über dieses Thema, das ist das Thema Werte. Das heißt, was macht uns aus? Was ist uns wirklich wichtig? Was soll uns Orientierung geben bei der täglichen Zusammenarbeit? Auch diese Fragen sich zu stellen, macht sehr, sehr viel Sinn. Und was immer wichtiger wird, ist die dritte Säule und das ist das Thema Freude. Also einer unserer Kollegen hat ja mal gesagt, Reinhard Sprecher war das, Arbeit macht entweder Spaß oder krank. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber das ist es überhaupt nicht. Das heißt, wo kriegen wir eigentlich unsere Energie her? Wo kriegen wir das her, was uns im Innersten quasi laufen lässt? Was brauche ich immer wieder, um meine Akkus aufzuladen? Und wenn ich das alles erarbeitet habe, dann weiß ich schon ganz viel. Und dann kann ich auch ins Dach springen und mir die Vision anschauen. Und das heißt, wohin soll es mit meinem Unternehmen gehen? Was ist das Bild der Zukunft, das ich gerne hätte? Und das ist bitte kein Bildchen. Das darf richtig groß und attraktiv sein. Und es ist auch bitte nicht vom Ego der Chefin oder des Chefs geprägt, sondern es leistet einen Beitrag. Ja, so und dann ist das Zukunftshaus fertig, so wie du es beschrieben hast. Ich glaube, es ist für jeden absolut nachvollziehbar, dass das jeder Firma gut tut. Wie werden diese Zukunftshäuser, wenn sie fertig erstellt worden sind von der Führungsmannschaft, wie werden sie ins Unternehmen getragen? Ja, ganz ein wichtiger Punkt, lieber Carsten, sonst kann man sich das Geld auch sparen. Sonst ist das wirklich rausgeschmissen. Das ist dann zwar schön und das bewirkt auch was. Das will ich überhaupt nicht sagen, das bewirkt auch was. Aber meine Erfahrung ist, dass der Prozess, der mit trägt, dann erst richtig losgeht. Und das heißt, am besten ist es, mit Botschaftern zu arbeiten, ein interdisziplinäres Team zusammenzustellen, das das Zukunftshaus baut, daraus kleine Einheiten zu generieren, die sich dann um die einzelnen Säulen kümmern, die Wächter sind für das Zukunftshaus. Und dann auch in kleinen Einheiten, in größeren Einheiten mit der Kommunikation ins Haus hinein. Immer wieder schauen, dass das lebendig wird. Und das Allerwichtigste ist, dass ich als Vorgesetzte oder Vorgesetzter das lebe. Dass ich wirklich da auch Vorbild bin, dass ich das ernst meine. Wenn ich in meinem Zukunftshaus als Wert Respekt stehen habe, und ich habe es beschrieben, das ist auch wichtig, dass du die ganzen Säulen nicht nur mit irgendwelchen Schlagwörtern belegst, sondern dass die beschrieben sind, damit wir wissen, was heißt Respekt für uns im Umgang miteinander. Ist es, dass wir uns Grüß Gott und guten Tag sagen? Was ist denn in meinem Kopf drin, wenn ich an Respekt denke? Und das nochmal zu beschreiben, dann hast du wirklich Leitplanken auch für jedes Mitarbeitergespräch. Und das Zukunftshaus sollte ins Haus mit reingetragen werden. Es sollte eine Rolle spielen bei jedem Mitarbeitergespräch. Es sollte aber auch schon eine Rolle spielen beim Bewerbungsgespräch. Und viele meiner Kunden haben es auch auf ihrer Website, dass sie sagen, da sind wir. Da ist das, auf was du dich einlässt. So wollen wir denken, so wollen wir handeln. So wollen wir miteinander umgehen. Und da braucht es viele Schritte, damit das wachgehalten wird und jede Abteilung auch versteht. Also wir haben es auch schon so gemacht, dass das gebaute Zukunftshaus in jede Abteilung geht und mit jeder Abteilung nochmal drüber in den Dialog gegangen wird. Stimmt das für euch? Was heißt Respekt für euch, wenn ihr im Einkauf seid? Wie gehen wir mit dem Lieferanten um? Das mag eine ganz andere Bedeutung nochmal haben für den im Lager als in dem im Einkauf. Und deswegen ist es so wichtig, da alle mitzunehmen, um eine gelebte Unternehmenskultur Richtung Zukunft zu erhalten. Ja, man erlebt dich förmlich hier in deinem Spezialthema mit aller Leidenschaft und Begeisterung. Das ist wunderbar, dir zu diesem Thema zuzuhören. Ja, und gerade jetzt der letzte Abschnitt, wenn ich da nochmal zwei Aussagen einfach rausgreifen darf, weil sie so elementar wichtig sind. Das Zukunftshaus, die Vision reicht nicht, sie als Poster an die Wand zu hängen, sondern die Führungsmannschaft, die es erarbeitet hat mit Mitarbeitern natürlich zusammen, muss es jeden Tag vorleben. Und obwohl es auf eine zukunftgerichtete Sache ist, man kann eben auch schon im Tagesgeschäft in Mitarbeitern Gesprächen diese Dinge nutzen. Sie geben auch im Tagesgeschäft schon Orientierung. Ja, absolut. Ja, ich glaube, Silvia, das Wichtigste zum Thema Vision und Zukunftshaus haben wir vermitteln können. Und damit darf ich zum Schluss nochmal an dich übergeben, um dann auch unsere nächste Folge schon anzukündigen. Ja, wunderbar. Ich danke dir herzlich, lieber Carsten. Das hat mir jetzt auch richtig Freude gemacht. Und es hätte jetzt auch noch unglaublich viel zu erzählen gegeben, was das Thema Zukunftsbild, Zukunftshaus, Lust auf Zukunft betrifft. Das Wichtigste ist aber, wenn du am Unternehmen arbeitest, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, dann ist das eines der wichtigsten Dinge zu tun. Und das braucht Zeit und Raum. Das geht nicht im Alltag mal eben. Und wenn du eine Unternehmerin oder ein Unternehmer bist, der sehr inspiriert ist, dann kann es auch sein, dass du vielleicht ein bisschen zu schnell bist für deine Mannschaft. Dann immer mal wieder ein bisschen bremsen und die Mannschaft mitkommen lassen, was der nächste Schritt, die nächste Vision etc. ist. Weil das wird sonst nichts. Die sind überfordert. Lieber eins nach dem anderen als zu viel auf einmal. Aber das große Bild sollte anleiten und immer wieder helfen, dass klar ist, wohin wollen wir. Und das scharrt normalerweise in meinem Selbstverständnis automatisch Menschen umein und zieht Menschen fast automatisch an. Weil wir lieben alle Klarheit und hassen Verwirrung. Und deswegen ist das so wertvoller Punkt. Sondern jetzt bin ich auch wirklich am Ende, lieber Carsten. Unser nächstes Thema bei unserer Sonderserie wird das Thema Mitarbeitergespräche sein. Ein großes Thema, bei dem man ganz viel richtig machen kann und manchmal leider auch ganz schön viel falsch. In diesem Sinne wünschen wir allen da draußen eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Woche. Danke fürs Zuhören. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht, lieber Carsten. Herzlichen Dank für deine Fragen. Ja, gerne. Bis dann wieder heißt, bau dir deine Zukunft und Führung fit für morgen. Vielen Dank, dass du heute gemeinsam mit mir an deiner guten Zukunft gebaut hast. Ich hoffe, du konntest Ideen und Impulse mitnehmen, um sie weiter aktiv zu gestalten. Wenn du mehr über meine Methoden, Angebote, Bücher und Vorträge erfahren möchtest, besuch mich auf www.silvia-zylkowski.de Leite den Podcast weiter an Menschen, die auch davon profitieren können. Und natürlich freue ich mich auch über ein Like auf Social Media. Sei wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt, bau dir deine Zukunft. Servus, deine Silvia. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.